Alter schon wieder stirbt einer Oh, da ist schon wieder so ein brennender Zombie Das gehört? Irgendwo hab ich was gesehen, was ich irgendwie... Leute, bitte nicht einfach zu... Ich geh wieder rein! Tschüss! Hallo und Willkommen zu der nächsten Folge Schein mit Lysgario! Hallo und Willkommen! Wir sind hier wieder in unserer WG In unserer Schrotz-WG Wir sollten ohne Witz, mach die Tür weg und baue Blöcke hin! Unbedingt! Sie dürfen nämlich unser Haus nicht zerstören Wobei, sie dürfen, wenn eine Holztür da ist, die Tür öffnen und uns töten Ja, ich hab nämlich auch grad so ein bisschen... Warte, ich wollt grad eine Steintür machen Geht das? Vielleicht geht das ja! Achtung und... Nein, Eisentür, Eisentür geht nicht Dann müssten wir vielleicht bald Eisen finden Ich hab jetzt einfach so richtig schön zugebaut Guck mal! Oh, das ist doch echt... Alter, wie grad alle Drawing, das ist ja heftig Ja, es wird voll, es wird voll! So, gleich alles rein Ich leg einfach mal alles rein, was ich hier habe Also, falls ich mal sterbe und so Okay Was mach ich? Ist es eigentlich jetzt momentan Tag oder Nacht? Ich weiß nicht Aber du kannst mir helfen, Marble zu farmen Okay, ich hab so Angst, dass ich irgendwo runterfahre Beziehungsweise, was heißt da Marble zu farmen? Eigentlich nen Keller auszuheben Das ist voll der grade Keller hier schon Ja, ne? Ich helfe dir einfach mal ein bisschen mit Jetzt mit diesem Marble hier Haben wir jetzt hier auch äh... Ne, das ist Limestone Scheiße, grad völlig... Äh, falschen Kram abgebaut Warte, ich lass Limestone ist auch okay Kannst ja auch abbauen oder so Soll ich mich einfach hier ein bisschen... Wie gesagt, einfach nur einen Keller wollen wir hier machen, ne? Also WG wie gesagt Schau aber, dass du dich nicht unter die Lava baust Okay, ich achte drauf Wollte ich sagen Ich hab echt Kohle gefunden Man glaubt es nicht, aber Es ist wahr So, wir stehen noch da Ja klar, ich hab nur gerade geschrieben Okay So Oh, ich hab irgendwas komisches davon Das ist glaub ich Bernstein oder so Bernstein? Ja, glaub ich Soweit kenn ich das noch aus Feed the beast Das ist ein komischen Block Okay Und Ja Könnte ich mir Lol Okay, das war ein kleiner Lack Aber das liegt war... Okay, es lagged Es lagged Ich hab grad hier Die ganzen Fackeln abgebaut So Warum duhst du sowas auch, ne? Strummeleid Bald ist ja der Server voll, würd ich sagen Naja Ja, bald ist doch voll, auf jeden Fall Ich bin mal gespannt, wie viele dieser Folge jetzt mal sterben Weißt du, so einfach Ich hoffe, es sterben ein Bar Ich will so ein bisschen die Bestätigung, dass wir beide nicht die Einzigen sind, die sterben Ja, ich will auch die Bestätigung, dass wir nicht die Einzigen und bzw. die Schlechtesten sind Ja Wobei du eh nicht, du bist nur zweimal gestorben Trotzdem Das ist ja schon trotzdem voll heftig So Ich würde nicht aus unserem Haus rausgehen Nee Das, ähm Würde sich als sehr Unklug erweisen Unklug erweisen Jawohl An's selbe gedacht Yeah Wow So warte, hab was im Auge, ey Ja Geil Ja, das sag ich auch Okay, ich hab schon Ich hab vier Level Obwohl ich grad im Moment überhaupt nicht ans Enchanten denk Da Naja Ein Herz und so Kein, äh Kein Diamant, kein Enchantment Table vielleicht, ne Eben Könnte das vielleicht auch, vielleicht auch ein Grund dafür sein Nee, gar nicht So, ich hab aber auch schon ein bisschen Marble Ich hab oben auch noch ein bisschen was reingetan So, das kann man nur mit Eisen abbauen hier oben Okay Dann würde ich sagen, machen wir Eisen Machen wir erstmal Eisen Ja, ich hab doch Wenn ein Tag ist, weiß ich wo es was gibt, ich weiß aber nicht was es war Okay Ist es Tag? Nee, Nacht Kannst du glaub ich auch auf der Minimap sehen Ich geh nicht raus Ich hab gerade nur den Block abgebaut hier Ja Aber ich geh nicht raus Ich geh nicht raus Ich geh nicht raus Ich war schon wieder in der Wand, Alter Aber ich hab, ich hab keine Wiener drauf Okay So, meine Hacke ist grad kaputt gegangen Also ich äh, heg gerade wirklich unseren Keller aus, also Und das machst du wirklich in höchster Perfektion Oh, scheiß Was passiert ey? Ich hab da gerade einen Block abgebaut, der nicht abgebaut werden sollte Aber hey, mach ich einfach weiter Wie hier einfach nur dieser bunte Block hier in der Luft schwebt Oder diese Orange Orange Ja, den kann man nicht abbauen, einfach nur mit Eisen Ja So, warte, was wollte ich machen? Aus Holz Haa So, dann machen wir das Guck mal, das ist doch wirklich schon ein richtig schöner Keller hier Ja, dank mir, ne, ich bin gut Du bist, du bist gut, du bist Ne, also ich versuche jetzt wirklich gerade ein bisschen Mach gerade gar nichts und ich laufe vorwärts Ich versuche wirklich gerade einen Ja, drück nochmal auf W, dann laufst du nicht mehr nach vorne Ich versuche nämlich gerade wirklich den Keller aufzuheben, ne Immer mehr Und Spy Join, der fragt sich ja Äh, wieso so viele on, was der fuck? Hey Na Hey Spy Hey So Wie dumm, das war gerade dumm von mir, warte Oder war das richtig von mir, ich weiß gar nicht, ich bau das nochmal ab Wow, Alter, das wird echt Wie einfach alle joinen, miau Ähm Ähm, ja doch, das war richtig von mir So Wir den einfach nur Tab drücken und dann sehen Wie du für ein Mal Lass mich einfach Lass mich Entschuldigung, ich erinnere dich nicht mehr dran Ja, wirklich Das war eine schlimme Erinnerung Holes So Könntest du vielleicht dann am Tag oder so nach Schafe suchen gehen Ich hab so gergansi Ach ne, ich bin hier gestorben Du hast so gergansi Ja, mach ich, mach ich Ich mach sowieso nur die scheiße Ja, mach ich Natürlich Ja, ja, ja Ja, ja So, guck mal, unser schöner Keller hier Da werden wir dann, was weiß ich Irgendwelche Leute gefangen nehmen Ja, natürlich Und Ein Kerkern Weil sie sich selbst nicht rausbauen können Ja, genau Sie dürfen ja nicht da bauen Stimmt Alter, das wär eigentlich eine volle gute Idee Was geil Was pummelt bei Ja, er ist tot Ach so Das ist dasselbe, was Riode umgebracht hat Echt? Ja, ein iWig Habe ich find Pummelt allein schon, Alter Was heißt denn das eigentlich? Erstochen? Meinst du? Nein Pummelt, keine Ahnung Meinst du was? Wenn wir jetzt dann hier schon gleich die Die Möglichkeit haben Pummelt Von Englisch Übersetzt einfach mit Verprügelt Verprügelt, ha Ja, geil Also Leute, ich musste jetzt natürlich nicht nachgucken Das wusste ich auch so Das hat er natürlich Also das tippen und so War alles nur in seinem Kopf Genau Und auch so auf Escape drücken und so weiter Also Pause machen und so Das war in eurem Kopf Genau Ihr habt euch das einfach vorgestellt Genau Und meine Familie ist gerade laut Ja, kenn ich Und ich muss irgendwie die ganzen Blöcke 100 mal abbauen Hab ich das Gefühl So, Warte, ich baue das hier noch ab hier Boah, ich hab das Gefühl das wird Tag Jaaa, nein Nein Stimmt Okay Ich lauf irgendwie immer nur hoch und wieder runter Und mach hier irgendwie gar nichts Weil Ich einfach so Angst hab Und ich Ich würde jetzt auch nicht rausgehen Vor allem oder so Wieso machst du denn nichts? Ich weiß es nicht Ja, ich verstehe es nicht So, warte, wir machen das So Und So Und So Und Ja Sieht doch geil aus Ich weiß nicht, wie tief wollen wir unseren Keller machen? Ich Weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiss es nicht Alter, Alter, Alter Sie gucken mir das jetzt mal an Also guck mal dieser Das erste Ding sieht ja schonmal gut aus Müsst wir nur noch diese Ja, hab ich doch gut gemacht ne? Müsst wir nur diese einzelnen Einzelnen Steine Ähm Ja Warte, das machen wir noch um eine Etage tiefer Okay Weil sonst ist es zu wenig Da kommt dann mein Schlafzimmer rein Dein Zimmer ist oben Falls die Monster von oben kommen, einfach mal Falls jemand die Tür einschlägt Dann hat er dich Läuft Bei mir Oh man, ich muss aber sagen Unser Keller Wir müssen das irgendwie so haben Ich weiß nicht, gibt es irgendwie sowas Wo wir uns wirklich verstecken können Oder sowas müssen wir haben Auch vor anderen Leuten Sag ich mal Also gut, wenn unser Haus Wenn man da sowieso nicht rein kann Aber ich habe immer so das Gefühl Dass wir Irgendwie irgendwann mal vergessen Sondern irgendwie die Tür offen lassen Ich wollte nur hoch So und ich hoffe Wird es jetzt endlich mal Tag Nee, es wird nicht Tag Jetzt siehst du eher nach mir Du hast mir selbst vorhin gerade gesagt Und ich schaue die ganze Zeit auf die Minimap Ja, ich weiß So Ich habe hier gleich schon wieder die zweite Zweite Hacke hier verbraucht Ich mache nochmal Ich mache nochmal so eine geile Treppe hier Eine Bambustreppe Obwohl wir müssen noch eine zweite Etage tiefer Echt jetzt? Weil ich muss die Etage ja mit Holz füllen Ne? If you know what I'm meant to say Stimmt So Jetzt müssen wir echt noch ein tiefer Oder wollen wir überhaupt noch ein tiefer? Lass doch so lassen Oder sonst müssen wir jetzt hier unten alles noch so Bauen, oder? Ja, nee Eins noch tiefer ist doch kein Problem Okay Guck mal, ich meine, warte Ich muss nur schauen, ob ich Haben wir überhaupt noch Akazienholz? Weil Akazienholz sieht geil aus Haben wir natürlich nicht Ja, geil Das ist das Grüne, ne? Ähm, bitte was? Das grüne Holz Was ist da ein Grün, Alter? Das ist doch voll Grün Also in meinem Texture Pack, das ist Grün Ja, okay, du willst ein Texture Pack, ich nicht Ja, das ist die Treppe da Die du hast hier Ähm, das bedeutet, hier muss ich das auch noch abbauen Damit das aus Holz ist Wir machen hier gerade so richtig schöne Gartenarbeit Ich denke mal, es wird Warte, weißt du was? Es wird jetzt der Tag Ich gehe dann raus und hole dir ein paar Ein paar Viecher Bitte schön Mach ich, mach ich Danke Warte, ich laufe auch mal kurz raus Ja, zweiter Tod Alter Schon wieder stirbt einer Oh, da ist schon wieder so ein brennender Zombie, Alter Was gehört? Ja, offen Offen So Irgendwo habe ich was gesehen, was ich irgendwie Leute, bitte nicht einfach zu Ich gehe wieder rein Tschüss Wieso bin ich denn? Wieso, was ist mit meinem Homebett denn? Mann Wieso bist du gestorben? Wo ist der gewesen? Von so einem Zombie Ich habe ihn getötet Und er mich auch Ach so geil Ich habe mich extra wieder nach Hause reingebaut Mann, wirklich? Jetzt habe ich schon drei Kills Ne, Tode Ist doch gut so Oh Mann Ich meine, solange ich nicht der Schlechte ist, ist mir nicht alles in Ordnung Das ist mein voller Ernst Aber das weißt du doch Ich habe schon wieder Angst vor solchen Wassermonstern Und immer muss ich diesen gleichen Weg laufen, weil irgendwas mit dem Bett nicht funktioniert Aber da ist schon gleich ein Schaf So Ich bin echt schon, ich bin schon wieder gestorben, das ist wirklich, das ist zum Heulen Ist doch schön Also für mich Ich habe so Angst, wenn ich hier diesen Dings überquere, diesen Fluss Weil, ich weiß nicht, ich habe da jetzt so Angst vor diesem Wassermonstern Oh, noch ein Schaf Das heißt, wir brauchen nur noch ein Schaf So, warte, ich probiere es einfach mal nochmal Ich weiß nicht, ob sich was bringt Aber ich probiere es einfach wieder Shader Mod aktiviert Shader Mod Hallo? Ich bin so blöd, das schafft zu schaden Ach, ich wollte gerade sagen, es droppt keine Wolle, aber Da habe ich mich vertan Es sieht ein bisschen dunkler aus hier, aber ich glaube, es ist okay Man kann damit spielen Schon wieder ein Zombie Solange man Fackeln hat, kann man damit spielen, auf jeden Fall Okay, dann mache ich mir vielleicht den gleich wieder rein Im Moment läuft es so eigentlich ganz gut Okay, ich hoffe mal, ich laufe jetzt gerade diesen doben Fluss entlang Das wollte ich eigentlich gar nicht Aber ich habe auf jeden Fall drei Wolle Meine Spielsacke ist kaputt Bei mir liegt draußen bestimmt noch eine Ich laufe da nicht hin Obwohl, es ist Tag, oder? Es ist Tag und ich habe den Zombie ja getötet Und der hat auch noch gebrannt und so weiter Ja, das war ein brennender Zombie, ne? Brennen vor Leidenschaft zu dir Also ja, wegen Tag und so Ich glaube, es ist gut, wenn ich rausgehe am Tag, weil ich meine Shader und am Tag und so Und frische Luft Ja, nein, lieber dich Ich hole mir deinen Kopf, Alter Hänge die übers Bett oder so Werde ich tun Nee, lieber doch nicht Aber es ist nur ein Steve-Kopf, oder? Du weißt, man muss... Du meint the flow auf jeden Fall, ja Lol Steht das bei dir auch in dem Chat gerade? Nee Okay, das steht nur bei mir, okay Lyscario ist burnt into a crisp while fighting fire zombie Ja, du musst rechtsklick oder so drauf machen, dann läuft das, glaube ich Ja, läuft, Alter Es läuft sowieso Jedes Mal Hi, Droichi Wo bist du? Bauer Karte an Holz ab, wenn es geht Was, nochmal... Also ich... Haha, ja Da wurde er erschlagen Oder so Verprügelt Ach ja, genau Ich hab gedacht, jetzt left it, ja Ja, einfach so So Rage-Quit oder so So, was haben wir denn hier? So sieht's aus, mein Freund Ach, ich bin, glaube ich, hier vorne gestorben Ja, bist du Oh, slain by angry zombie Okay Aber ich kann dir jetzt ein Bett machen Und ich hab Essen Geil, dass du mir ein Bett machen kannst Geil Ähm, was auf jeden Fall geil ist, ist, äh, wir brauchen mehr Holz Mehr Karte an Holz Und ich Äh, deswegen Ja, genau Und deswegen... Oh, das war ein Fehler Ich brauch generell Holz Ich werd ein bisschen Holz sammeln gehen, ja Ich brauch nur drei Holz Drei, drei Egal was für Holz Hier 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 Okay, perfekt Da noch ne Axt, hier noch ne Axt Da ne Spitzhacke, das war's Ich hol ein bisschen Holz, ja Mach das Sofern ich nicht sterbe Haben wir noch ein Bett, wo stehe ich das? Soll ich das mit da reinbauen? Weißt du was? Ich mach halt so ein Doppelbett Oh ja Oh, da ist ja so ein... Ja, genau Alter, wie es einfach lag, ne? Ich konnte auch grad gar nichts aufbauen Hey! Hey! Na Hast du eigentlich die Uhr im Blick? Weil ich weiß, ich weiß immer nie, wie das... Ähm, hab ich, hab ich, hab ich Alter, der Server lag ein bisschen Jo, ein bisschen Ein bisschen stimmt das So, ich er hoch Hallo Leaaack Töte so ganz scharf oder was? Nein, ich hab hingeschrieben Leaaack Okay, ich hab Hungera Und dafür... Der lässt sich auch Zeit erufen Guck mal, wir haben jetzt so ein richtig schönes Doppelbett Ehrenbett, ja Ehrenbett Ehrenbett Ehrenbett, ja Ja, gleichzeitig Ehrenbett, würd ich sagen Natürlich So, was ist denn das Holz hier, das vor unserer Hütte steht? Ist das jetzt Akazie, oder was ist das? Das ist bestimmt... Weiß ich nicht... Deadwood! Totes Holz! Boah, ne, das wollen wir nicht Nein, okay Weiß ich nicht auch, vielleicht sieht's ja geil aus Vielleicht so weiß oder so, das wär cool Okay, dann, ich baue's mal ein bisschen ab So, ich bin jetzt hier nochmal wieder in unserem Keller drin Es lag zwar gerade wie Sau Ich muss gerade alles dreimal oder viermal runterschmeißen Aber hey Das ist bei mir auch schon So, ich baue jetzt erstmal unten wieder die Dinger ab Und wir haben gar keine... Neuen! Wir haben gar keine Dinger mehr, merke ich gerade Keine was? Keine Spitzhacken Ups, so Was macht man da? Neue Spitzhacken Genau, mach ich gerade So, das war grad dumm von mir, egal So, passt Okay, und dann würde ich sagen, brauchen wir bald Ich würde sagen, wirklich das erste, was wir brauchen ist Sag mal, leckt der Server jetzt gerade so hart? Ich weiß es nicht Also, ich... Warte, ich baue mal was ab Jo, ja, bei mir... Mir kommt grad gar nichts raus Alter, ich hab grad einen gesamten Baum abgebaut Ohne das... Ja, genau, jetzt ist er wieder da Aber ich kann grad... Bei mir lagts grad soo hart Ich kann grad... Mir geht grad gar nix Liegt aber nicht an unserer Internetverbindung, Leute Genau Obwohl mein trotzdem scheiße ist Meine nicht Seid's Geh ab du! Stein Warum mach ich das? Ich mach hier nur Müll Ich versteh das auch nicht Wieso machst du nur Müll? Ich weiß es nicht Weißt du das... Das ist doch scheiße, ich baue das Ja, zum fünften Mal, wo ich den... Ich hab so Angst, dass ich hier reinfalle Ohne Witz! Ein Block geht, ein Block geht nicht Ein Block geht, ein Block geht nicht Wir brauchen ne größere Chest Oder noch einen So, ich hole mir jetzt wieder Akazienholz Das Problem ist jetzt... Wo ist das? Das war am Anfang, glaub ich Ohne Witz jetzt glaub ich den ganzen Weg wieder zurück Oder was? Aber irgendwie macht mir das Angst, dass die... Die Betten nicht funktionieren Weil ich hab mich ja reingelegt und wurde trotzdem am... Am Anfang gespawnt Ist das Akazienholz? Ist schon wieder Deadwood Wie behindert Ich guck mal wie das in deinem Text shop hackt Oder in dem... Ups In dem... Default hab ich Genau Da vorne ist Akazie Ich hol mir Akazie, ne? Ah Oh, ja, Wasser! Oh, das sieht geil aus, gestreift Leute, ich laufe gerade Ohne Angst und so Und ohne einen Spawnpunkt Ich mach mal wieder das... Das geile rein hier Ich laufe durchs Wasser Alleine Ach, das dauert jetzt bestimmt bei mir wieder so... Mit dreieinhalb Jahren, oder? Wenn mich jemand sieht, bin ich tot Ha Nein! Ohne Witz! Minecraft keine Rückmeldung Weil wir immer sterben, nicht wahr? So, Aufnahme läuft auch schon wieder Ja, das startet nochmal, obwohl ich's schon sage Ja, ich muss den Schluss, den Schluss muss ich machen Mann, lass mich Ja, okay Äh, laufe ich dann... Ich bin falsch Geh ich mir mal ganz gut, wohin muss ich Koordinaten Ähm, äh, minus 500 und... Minus 200 Genau Minus 500? Jo, fast Also minus 400 und... Okay, ich hab dich wiedergefunden Passt Leute, das ist ne Schlucht Neben uns ist ne Schlucht, ne? Ja? Ja Oh! Ne geile Schlucht Ne geile! Okay, dann würde ich auch sagen Tschüss da von mir Jo, und tschüss Denn es sind schon 21 Minuten Wir sind schon drüber Dann, äh, ja Schönen Tag noch Bis zum nächsten Mal und tschüss! Tschüss! Ich bin gleich schon wieder tot! Moan! Oh Mann! Scheiße! Und ich bin noch im Respawn Bildschirm Wenn ich jetzt respawne, bin ich wieder tot! Ohohohoho! Ich probiers! 3, 2, 1! Ichiiiihihi Lass mich raus! Lass mich raus! Gott! Nein! Nein! Wieso brenne ich? Wieso brenne ich? Wieso brenne ich? Nein! Nein! Lass mich leben! Lass mich bitte leben! Wasser! Wasser! wasser